So Leute, hab ich hier eigentlich was drangeschrieben? Ihr seht wieder Selfmade. Diesmal ist die Zeit schon ein bisschen länger, weil ich glaube hier waren halber bis zwei Gramm BKS, irgendwie so. Weg, weg, weg! Aber mit Effekten haufenweise. Und? Ja gut, das BKS hat nicht ausgereicht. Aber hätte ja sein können, dass es irgendwo anders liegt. Lieber mehr Abstand nehmen als zu wenig. Definitiv. Ja. Also theoretisch können wir die Hülse nochmal verwenden, aber ich lass sowas lieb. Tschüss, bis zum nächsten Video.